Jo, da sind wir wieder bei Shonen Jumps One Piece und jetzt geht's ans Sirup Village. Da fehlen zwei Münzen noch. Und ich glaube, eine Flagge bekommen wir hier auch. Deswegen muss ich hier aufpassen, dass ich vor allem Lysop bekomme, denn wir brauchen ihn, um eine Flagge zu bekommen. Okay, so komme ich da nicht dran. Okay, ich muss auch schon springen, damit ich da dran komme. Okay, dann eben nicht. Ja, wir brauchen hier Lysop, damit wir für die, die sich erinnern können. Wir haben an einer Stelle ja die Freunde davon, die wir ins Lysop mal gesehen. Okay, hier ist nichts mehr. Die, wer ist denn die denn? Die zu Lysop's Bande damals gehörten. Ja, cool, wir kommen direkt von Anfang an. Also jedenfalls die aus Lysop's Bande. Und die wollten uns nicht durchlassen, wenn ihr Captain nicht dabei ist. Nee, nee, nee. So, hier kommen wir nur so hoch. Oh, ich sehe schon, ich werde sehr oft sterben. Weil ich immer wieder irgendwo runterfalle. Au. Wow. Ich lasse es lieber mit dem runterfallen. Oh, yeah. Ja, ja. Komm, geht da hoch. Und nun? Ah. Ja, das hat's gebracht. Und weg mit dir. Schade. Schon zu Ende. Wow, hab ich schon viel Leben verloren. Merke ich grad. Ach. Geh weg, dumme Katze. Und jetzt? Ah. Ja, komm, schieß nochmal. Na, traust du dich? Idiot. Und? Ups. Ja, mach ich eine kleine Heilung. So ist hier unten noch was? Nope. Dann gehen wir mal weiter. Und suchen. Psst, fehlen immer noch. Äh. Es fehlen immer noch, es fehlen immer noch. Ja. Zwei Münzen. Moment, kann ich nicht durch die Dinge einfach durchfallen? Nein, kann ich nicht. Dann machen wir das so. Oder auch nicht. Hm. Moment, ich hab ne Idee. Ach komm. Greif nach oben. Ach. Nein, nein, nein. Ich hab's doch gegriffen. So, jetzt aber. Geil, für nichts. Wow. Da, ich hab Zorro gesehen. Hi. Komm, gib mir deine Hand. Kann ich da weiter? Ja, hier sind die Piraten. Die hab ich gesucht. Hey, wir lassen dich nicht durch. Diese Leute sind bei mir. Mit mir. Moment. Erstmal, wenn ich schon mal was oben ist. Bevor ich da nach unten. Ah. Okay. Da haben wir Mütze schon mal. Nummer eins schon mal. Was unten ist, gucken wir auch gleich noch. Moment. Ich muss das richtig... So. Ach. Hätte ich nach oben gemacht, hätte es geklappt. So. Und das war nochmal... Ach so. Da war die Flagge drin. Keine Münze. Ist da hinten noch was? Nee. Okay. Ich möchte sehen, was da unten ist. Ja? Ist da eine Truhe? Ah, nur eine... Ah, Fleisch. Gut. So, dann haben wir schon mal die... Die, 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 die... Flagge der Lysop-Piraten-Wande. Wieder eine mehr. Jetzt werden aber trotzdem noch die zwei Münzen in diesem Level. Frage ist, wo sind die? Ah, wie komme ich denn da nach unten? Nicht von hier aus anscheinend, oder? Wie oft haust du nochmal runter? Dreimal? Ne, gut, aber das Item, was ich bekomme, wenn ich euch fertig mache, habe ich schon. So, wir müssen eben kurz mal was gucken. Und zwar... So, wir machen eben mal einen kleinen... Hoppala. Safe hin. Und schauen eben. Ah. Gut. Ja, ich werde, wie gesagt, schon so mit Sicherheits-Safes hier arbeiten. Weil das hier ist... Wenn ich das alles komplett ohne Safe-Sets machen würde, würde ich Leben verlieren. Am Laufenden, Bande. Vor allem später in dem Scrolling-Level. So. Hier runter. Hier runter. Kann ich nicht runter. Okay, dann hoch. Weh, das wird ja wohl kaum jetzt nur dafür gewesen sein. So, hier, tötet euch gegenseitig. Ist da nicht noch mehr irgendwo? Moment. Yeah, ich kann fliegen. Oh, nein. Ja, ich... Geh weg. Mach das. Oh, hallo. Ruffy. Ja, auf dem Boden musst du es nicht machen. Hier, in der Luft. Danke. Dass du es ja doch mal irgendwann machst. Dummes Ding. Ey. Mach das echt nur dann, wenn ich es gerade nicht brauche. So, da oben möchte ich hin. Äh. Komm. Jetzt. Komm, das reicht, das reicht, das reicht. Jawohl. Perfekt. So, was wollt ihr jetzt schon wieder? Ey, wir lassen dich nicht durch. Die Leute sind bei mir. Mit mir. Äh... Ich nehm den anderen Weg. Sieht mir sicher aus. Okay, bis hierhin konnte ich hoch. So, hierhin und dann ist hier... Ja! Mit Ruhe. Nix da. Du kriegst mich nicht. So, was haben wir hier hinten noch? Oh, was wird hier noch wohl sein? Ja, kämpfen. Yay. Komm, Lusop, mach sie fertig. Sechs. Wie lange schlägt der eigentlich noch um? Ah, bis alle Gegner weg sind. Wow. Das war ne coole Sache, Lusop. Das heißt, er bleibt so lange auf dem Feld, bis alle Gegner besiegt sind. Und schlägt dann... Schießt einfach die ganze Zeit so rum. Find ich cool. So, wo land ich hier? Ich kann nicht durch. Weil ich keine Bomben hab. Jetzt muss ich noch nicht... Oh, ich muss noch mal. Nein, dann komm doch mal. Mach doch endlich. Sieht nicht mehr so gut aus. Ich brauch Nami oder Sanji. Okay. Okay. So, jetzt muss ich da schön drüber und... Ops. Jawoll. Und nochmal hoch. So. Und drüber. Rein da. So, das ist wahrscheinlich nur ne Abkürzung auf die andere Seite da. Oder so. Hoffe ich jedenfalls. Dann brauch ich jetzt erstmal Nami oder Sanji. Ich muss mich wieder heilen. In your face. Langsam. Mal langsam. Nein. Och. Wenn du mal den Ballon machen musst... Wow. Das war fast schon schön. Hallo. Boah, natürlich kann ich euch nicht treffen, weil ihr außerhalb des Bildschirmrandes seid. So langsam. Dann bräuchte ich doch eine Heilung. Da was, Sanji. Da was, Sanji. Ich hab's gesehen. Ach, danke. Was ist hier noch drin? Na gut. Hätte ich nicht gebraucht, aber... So. Erstmal wieder voll. Ist da oben irgendwie noch was? Moment. Nö. Mir fehlt immer noch eine Münze. Ich weiß nicht, wo sie ist. Wenigstens bin ich wieder bei voller Kraft. Wow. Ich flog schon fast zu weit hoch. Yo. Yo. Ja. Yo. Ne? Ähm, ja. Moment. Ha. Mein Apfel. Noch höher kann ich da nicht. Moment, von der anderen Seite wahrscheinlich. Jo. Hallo. Kann ich mal da hoch? Danke. Ich habe so das Gefühl, dass da oben was sein könnte. Deswegen... Geh ich mal da rüber. Moment. Ich erinnere mich. Safe. Leben. Ah. Cool. Und es fehlt mir immer noch eine Münze. Und ich möchte das Level nicht beenden, bevor ich sie habe. Das wäre sonst ziemlich doof. Was? Kommt ja nicht alles hoch. Vor allem habe ich auch Nami noch nicht gefunden. Wow. Windig. Ich glaube, da wäre ich rausgekommen. Von der anderen Seite aus. Geh weg. Äh, falsche Richtung. Wow. Die Bombe stand im Nichts. Einfach mal so. So. Wow. Das war cool. Ah, genau. Jetzt komme ich hier. Geil, ich wäre fast oben drauf gekommen. Okay. Dann weiß ich... Dann habe ich hier auch nichts verpasst. Dann geht es in die Richtung weiter. So. Bitte noch kein Ziel. Irgendwo muss noch eine Münze sein. Und nachprüfen. Okay. Da war es schon mal nichts. Jetzt, mein Name, ist Fähigkeit. Ziemlich praktisch. Könnte ich dem Gegner unten angreifen, ohne hinzugehen. Oh, muss da nicht mal runter hin. Okay. Au. Stirb. So, was haben wir hier noch? Ah. Duscher wieder. Nee, da will ich nicht hin. Irgendwo hier muss die Münze sein. Da in dieser Kiste, bitte. Nein. Warum nicht? Muss die Münze irgendwo sein, wo Nami ist. Ich weiß nicht, wo Nami ist. Shit. Irgendwo habe ich was übersehen. Hm. Das heißt, ich darf das nochmal machen. Wir machen es anders. Da das gerade perfekt in eine Folge reinpasst, mache ich hier einen Schnitt. Ich gehe nochmal das Level rein. Und zeige ich einfach nur, wo dann die Münze ist. Bis dann. Ciao. Ciao.